hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von alice madness returns wir spielen da weiter wo wir das letzte mal aufgehört haben dieser wunderschönen atmosphäre ich jetzt nicht weiß wo ich weitergehen kann jetzt einfach vergessen ich glaube ich hier ja das ist es und es wird schlimm mal gucken wie es ausgeht okay okay au nein nein da falsche taste wuhu und weg da hallo so hier haben wir hallo aua wuhu ja so boah wie lange geht denn der kampf na okay mach das voll wie kann eine seele so ignorant sein ich bin ein erhöhtes gebet okay tut mir leid aber ich muss jetzt mal kurz stoppen wir sehen uns dann nächstes wieder viel spaß tschüss hallo und herzlich willkommen zu alice madness return oder willkommen zurück und wir spielen da weiter wo wir aufgehört haben nämlich bei so gewissen oh teilen das finde ich so cool zick aua irgendwas tötet mich hier zeit limit nein mies ich bin wieder so schlecht geworden das kann doch nicht wahr sein ich kann mich noch an die letzte session erinnern oh da geht es weiter tschuh na nein ich bin schon wieder am ausrasten das darf ich eigentlich nicht oder das will ich eigentlich eher gesagt auch nicht so geht das so hoch mit dir und ja klappt doch äh ach nein was ist denn jetzt schon wieder passiert pfff danke nun bin ich wieder mit meinem schiff vereint er hat ach der hat zu mir geredet Gut Ich habe Mal nach dem Spiel geguckt Ob das jetzt schon jemand gespielt hat Und Mir ist aufgefallen Dass das eigentlich Ziemlich bekannt sein sollte Denn Niemand anderes als PewDiePie selbst Hat dieses Spiel gespielt Was willst du Oh zu spät Wett zu früh Hallo Aber eben bloß keinen Ärger Ja Du dummer Seemann Aua Hallo Hallo Wups Ach Das nützt gar nichts Schön zu wissen Wie kann ich denn gegen den ankommen Oh ja So macht man das Klapp doch Okay Ich habe Sau Wenig Leben Aua Was ist denn jetzt schon wieder los So Jetzt bekommst du zumindest Keine Schaden So die Frage ist Ah Die Frage war Nein Wo musste ich hin Ich habe es Wie scheiße Kann man nur sein Das Spiel wird langsam Richtig Also für mich Zumindest Richtig Anspruchsvoll Was ist denn So, wo muss ich jetzt ganz genau hin? Ah. Hallo? Verdammt. Lass diese scheiß Taste funktionieren. Nein! Ich brauche Ruhe dafür, aber die habe ich nicht, denn ich spiele... Okay, Dümmeres kann ich jetzt auch nicht geben. Hallo? Ja, was soll ich denn machen? Ich kann ja nicht dran vorbei. Was ist denn jetzt los? Ja, ich möchte fortfahren. Ich würde sagen... Ich würde sagen... Zum Glück. Ich danke dir, Alice. Sei so gut zu dir, wie du zu uns warst. Holt den Anker ein und dreht bei, Männer. Wir steuern gern hohe und glorreiche See. Okay. 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 Ich kenne die Leute nicht. Ich kenne die Leute nicht. Also, ich kann mich nicht daran erinnern, die irgendwoher zu kennen. Hm. Egal. Darum haben wir eine Öllampe oder sowas unter Wasser. Immer sehr, sehr...